Maja Lasic hat ihren schicken Dienstwagen eingetauscht. Die promovierte Biochemikerin wollte keine Karriere mehr, sondern einen Sinn für ihr Leben. Benachteiligten Jugendlichen zu helfen, das war ihr Antrieb in die Politik zu gehen. Mit 14 Jahren kam sie selbst als Flüchtling aus Bosnien. Sie weiß also, wie schwer das Ankommen ist. Ich darf ja nicht wählen. Ich bin ausländlicher Mitbürger, lebe seit 40 Jahren hier, aber ich darf nicht wählen. Ich habe tatsächlich über 20 Jahre darauf gewahrt, deutschen Pass anzunehmen, weil ich den Bosnien schon nicht abgeben wollte. Und am Ende habe ich auch gesagt, das wird jetzt erstmal nicht passieren. Maja Lasic kennt die Probleme in ihrem Wahlkreis. Sie macht sich stark für ein kommunales Wahlrecht für Ausländer. Und den Flüchtlingen müsse bei der Integration mehr geholfen werden, so die 37-Jährige. Dann könnten sie genauso erfolgreich werden wie sie selbst. Ich versuche immer daran zu erinnern, ich bin Teil der letzten großen Welle von Flüchtlingen. Als ich kam, waren gerade eineinhalb Millionen Russlanddeutscher gekommen. Danach kamen 300.000 Geflüchtete aus Bosnien. Und damals hat Deutschland es auch geschafft. Und viele von uns sind ein guter Bestandteil dieser Gesellschaft geworden, so wie ich auch. Ihre bosnischen Nachbarinnen sind extra gekommen, um auf der Wahlkampfveranstaltung ihrer Landsmänin den regierenden Bürgermeister von Berlin zu sehen. Durch Maja Lasic fühlen sie sich jetzt eher als Teil der Berliner Politik. Das gefällt allerdings nicht allen. Was mir immer wieder begegnet, leider, ist die Aussage, sie können so lange deutschen Pass haben, wie sie wollen, sie werden nie Deutscher sein. Und das ist etwas, wo ich dann auch gerne dann auch sage, das haben sie zum Glück nicht alleine zu entscheiden. In ihrem Wahlkreis im Berliner Wedding hat fast jeder Zweite eine Migrationsgeschichte. Also ich bin seit 11 Uhr und jetzt geht es weiter zu Tütze. Seit neun Monaten macht sie Wahlkampf für die SPD. 30.000 Wahlberechtigte hat ihr Wahlkreis. Bis Samstagabend wird sie an 7.500 Wohnungstüren geklingelt haben. Das einstige Flüchtlingskind ist optimistisch. Viele identifizieren sich mit ihr und hoffen für sie, dass sie das nächste Kapitel in ihrer Erfolgsstory ausschlagen kann. Als Politikerin im Berliner Abgeordnetenhaus. Ein entscheidendes Element ist, man muss Menschen mögen und den Kontakt zu Menschen mögen. Sonst ist man als Abgeordneter fehl am Platz. Wgeschüpf 2021 Untertitelung des ZDF das ZDF